Lyrikschule Gedichte verstehen Johann Wolfgang von Goethe Prometheus Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und über dem Knaben gleich der Distelnköpft, an Eichendich und Bergeshöhen, musst mir meine Erde doch lassen stehen, und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähert kümmerlich von Opfersteuern und Gebets auch eure Majestät. Und erabtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste wo aus, noch ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erwarmen. Wer half mir, wieder der Titanenübermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut, betrogen Rettungsdank? Dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillt, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wehntest du etwa, ich sollte das Leben hassen? In Wüsten fliehen, weil nicht alle Knabenmorgenblütenträume reiften? Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Und damit willkommen zur heutigen Folge des Lyrikschule-Podcasts. Mein Name ist Johannes Diele und ich analysiere und interpretiere hier in jeder Folge ein neues Gedicht, bekannte und weniger bekannte, alte und neue Gedichte. Eingangs rezitiere ich den Text dazu, so wie das heute auch erfolgt ist. Nun, Prometheus. Prometheus ist wahrscheinlich einer der Texte, um den kein Abiturient und keine Abiturientin in ihrer oder seiner Schullaufbahn herumkommt. Ich behaupte, wenn man 100 DeutschlehrerInnen befragen würde, welchen Text sie auswählen würden, um die Literatur des Sturm und Drang zu vermitteln, denn in dieser Epoche bewegen wir uns mit dem Text, dann würden sie, so bin ich doch sehr zuversichtlich, mit Mehrheit Goethes Prometheus benennen. Der Rest würde wahrscheinlich dann so etwas sagen wie die Räuber von Schiller. Wenn man die Textauswahl allerdings auf Lyrik beschränken würde, bin ich mir sicher, dass über 90% der Befragten Prometheus nennen würden. Das verdeutlicht die hohe Kanonizität des Textes, der so etwas wie die Essenz einer ganzen Epoche darstellt. Das gibt es übrigens öfter, dass einzelne Texte oder Autoren in den Schulen derart präsent und geradezu gleichbedeutend mit einer Epoche sind. Ich nenne als Beispiel nur für den bürgerlichen Realismus Theodor Fontane und seine Texte, also zum Beispiel Effi Priest und dergleichen, an denen man quasi überhaupt nicht vorbeikommt, wenn man sich mit dem Realismus in Deutschland beschäftigt. Und das, obwohl es durchaus Alternativen gibt, wie zum Beispiel Konrad Ferdinand Mayer oder Theodor Sturm. Und so ist das also auch beim Prometheus, unserem heutigen Tagestext. Übrigens nehme ich mich selbst an dieser Stelle hier keinesfalls aus. Wenn ich Sturm und Drang vermitteln möchte, so kommen bei mir Auszüge aus den Räubern und die Rede zum Shakespeare-Tag von Goethe vor. Aber als erstes kommt immer der Prometheus. Und an dieser Stelle ist es vielleicht auch ganz interessant zu erfahren, dass die beiden Texte, die ich jetzt noch genannt habe, Räuber und Shakespeare-Tagsrede, beide ebenfalls auf den Prometheus referieren. Der Name wird in beiden Texten genannt. Und das verdeutlicht, dass diese Figur, diese Figur des Prometheus quasi eine Integrationsfigur für die gesamte Epoche des Sturm und Drang war. Sie war schon in der damaligen Zeit als eine solche aufgefasst worden. Das waren nicht erst die Deutschlehrer viele Jahre später, sondern die Stürmer und Dränger schon selbst. Und wie gehe ich dann also vor? Also normalerweise mache ich es so, dass ich einen Text präsentiere, entweder indem ich ihn selbst vorlese oder indem ich eine Vortragsfassung aus dem Internet präsentiere. In diesem Fall mache ich es anders. Ich gebe den Schülerinnen den blanken Text in die Hand und lasse sie eine passende Vortragsfassung selbst erarbeiten. Es gibt hier natürlich nicht die eine richtige Lösung. Man kann es durchaus auch ruhig und sozusagen mit einer unterdrückten Erregung und Wut vortragen. Also ganz anders als ich das hier eingangs getan habe. Es wird aber dann im Idealfall deutlich, dass im Gedicht eine bestimmte Haltung zum Ausdruck kommt. Eine rebellische, selbstbewusste Haltung gegen eine Autorität. Das ist natürlich etwas, was die meisten Menschen in ihrem Leben auch selbst erleben. Zum Beispiel in der Pubertät. Da lösen wir uns nach und nach von unserem Elternhaus, hinterfragen immer mehr bestehende Autoritäten seines Lehrer oder die Eltern selbst, ältere Geschwister oder wer es auch sei, und suchen nach einem eigenen Weg. Deshalb wird der Sturm und Drang manchmal auch als die Pubertät in der deutschen Literatur bezeichnet. Und umgekehrt nennt man die Pubertät manchmal auch die Sturm- und Drangphase. Also ich mache es so, ich lasse die Schülerinnen und Schüler selbst erschließen, wie der Text vorgelesen werden müsste. Und dadurch erkennen sie, was eigentlich die zugrunde liegende Stimmung, die Grundhaltung des Textes ist. Doch gegen wen rebelliert dieser Prometheus? Und wer ist das eigentlich, Prometheus? Prometheus ist eine Gestalt der griechischen Mythologie und entsprechend komplex ist seine Geschichte. In der griechischen Mythologie hängt ja immer alles mit allem irgendwie zusammen. Deswegen versuche ich hier nur den Kern des Mythos herauszuarbeiten und lasse auch einiges weg. Prometheus entstammt dem Geschlecht der Titanen und ist damit älter als die bekannteren griechischen Götter wie Zeus, Hades und Poseidon. Nach dem Kampf der Olympia, also der eben genannten, gegen die Titanen in der sogenannten Titanomachie steht Prometheus allerdings auf der Seite der Götter. Er hat den Fall seines Geschlechts, also der Titanen, vorausgesehen und sich für die Siegerseite entschieden, für die Götter des Olymps. Allerdings kommt es dann immer wieder zu Konflikten mit den neuen Herrschern der Welt, insbesondere mit Zeus, dem Göttervater selbst. Prometheus überlistet Zeus zum Beispiel, als es darum geht festzulegen, wie die Tieropfer der Menschen an die Götter abgehalten werden sollen. Prometheus holt hier, ohne jetzt alle Details genau auszuführen, er holt hier für die Menschen sozusagen den besten Deal raus, worüber Zeus allerdings so erzürnt ist, dass er den Menschen die Gabe des Feuers nimmt. Aber hier schlägt sich Prometheus wiederum auf die Seite der Menschen, obwohl er weiß, dass er dafür bestraft werden wird. Er stiehlt also etwas Glut vom Olymp und bringt es den Menschen. Zeus kann diese Gabe nun nicht mehr rückgängig machen. Die Menschen sind dadurch als Geschlecht selbstständiger geworden und ein Stück weit unabhängig von den Göttern. Aber sie werden dafür auch grausam bestraft. Es kommt dazu, dass die Büchse der Pandora geöffnet wird. Es ist ja auch sprichwörtlich schon geworden, es ist eine Redewendung. Und aus dieser Büchse kommt also alles Schlechte auf die Menschheit. Hunger, Krankheit und so weiter und so fort. Der einzige positive Aspekt dabei, es kommt auch der Aspekt Hoffnung zu den Menschen. Es werden aber nicht nur die Menschen bestraft, auch Prometheus wird hart und grausam bestraft. Zeus kettet ihn an einen Felsen im Kaukasusgebirge, wo er jeden Tag die gleiche Folter erdulden muss. Der Adler des Zeus pickt dem wehrlosen Titanen jeden Tag die Leber aus dem Leib, die dann in der Nacht immer wieder nachwächst. In einer Variante des Mythos ist es übrigens dann so, und es ist die Variante, auf die sich Goethe hier auch bezieht, dass Prometheus zudem der Schöpfer des Menschengeschlechts ist, der die ersten Menschen aus Lehm formt und ihnen die Grundzüge der Zivilisation vermittelt. Und eben diesen Moment der Erschaffung der Menschen greift Goethe in seiner Hymne Prometheus heraus. Der Titan formt die Menschen nach seinem Bilde aus Lehm und er versteht dies als einen rebellischen Akt gegen Zeus. Diese bei Goethe dargestellte Rebellion wurde seither auf viele andere Bereiche übertragen. So wird sie zum Beispiel immer wieder gedeutet als die Auflehnung eines jungen Dichters gegen die alte Dichtergeneration und ihre Wertmaßstäbe, gegen ihre Regelpoetik an erster Stelle, die noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sehr einflussreich war. Regelpoetik, das bedeutet, dass es konkrete Regelwerke gibt, die vorschreiben, wie man zu dichten hat, welche Reime, welche Versmaße man einsetzen soll. Und dagegen, gegen diese starren Vorgaben, richtet sich die Literatur des Sturm und Drang. Dagegen schrieb also auch Goethe an. Die Rebellion kann aber auch autobiografisch als eine Emanzipation Goethes verstanden werden, zum Beispiel von seinem eigenen Elternhaus. Und drittens kann man den Text als eine Verkörperung eines Gestus der Loslösung von Autoritäten schlechthin deuten. Und zwar Autoritäten, die man zum Beispiel in Form von Staat oder Kirche verkörpert sehen kann. Kurzum, der Text findet seine Lesarten und wird mal mit mehr, mal mit weniger Berechtigung auf Gott und die Welt bezogen. Die naheliegende literaturgeschichtlich verortete Auflehnung wird dabei auch in der Form deutlich, dass der Text selbst keinesfalls regelmäßig ist und mit einer Ausnahme nicht einmal Reime besitzt. Das einzige Reimpaar, das Goethe hier verwendet, befindet sich ganz am Ende im drittletzten und letzten Vers. Deswegen lese ich jetzt die letzten drei Verse hier nochmal vor. Da heißt es, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich. Zu freuen sich wie ich. Das reimt sich hier. Und hier wird deutlich, dass Goethe es auf diesen Reim wirklich angelegt hat. Denn er hat bewusst die Satzstellung verändert, damit das sich in zu freuen sich am Ende steht und sich auf ich reimt. Normalerweise würde es ja heißen, sich zu freuen. Aber er stellt das um, damit hier ein Reim zustande kommt. Und dieser Reim betont den Schlussvers nochmal ganz besonders. Und insbesondere natürlich das letzte Wort, ich. Genau das Ich, das Individuum, steht im Sturm und Drang ja nun im Zentrum. Nicht mehr die Vorgaben, die Regeln, sondern das Ich als ein individuelles Genie. Nun, und was sagt dieser Prometheus jetzt in dieser Hymne genau? In der ersten Strophe wendet er sich direkt an Zeus. Zeus ist der Adressat seiner Rede. Er befiehlt ihm im Imperativ, seinen Himmel zu bedecken und ihn nicht weiter zu belästigen. Er soll ihn, Prometheus, den er beneidet, in Ruhe lassen. Prometheus benennt hier geradezu als Herausforderung seine persönlichen Errungenschaften, für die er keine göttliche Hilfe gebraucht hat. Er hat ein Haus gebaut, beziehungsweise eine Hütte, in dem er lebt und in dem er sich vor den Naturgewalten schützen kann. Und er besitzt dort auch einen Herd, in dem die Glut des Feuers lodert und darum beneidet ihn Zeus. So sagt es jedenfalls Prometheus. Die Götter achtet er gering, da sie ohne die Anerkennung ihrer Gläubigen eigentlich nichts wären. Diese Anhänger werden als Kinder und Bettler bezeichnet, sind also keine selbstständigen, aufgeklärten Menschen, sondern im Gegenteil, sie sind leicht zu beeinflussen und zu beeindrucken. Und das kann man jetzt dann wieder in der Übertragung sehen. Also diejenigen, die den Autoritäten blindlings folgen, die sind eigentlich infantil und nicht wirklich selbstständig. In der folgenden Strophe vergegenwärtigt sich Prometheus, wie es bei ihm war, als er selbst noch ein Kind war. Auch er blickte zu den Göttern auf und erhoffte sich Hilfe von ihnen. In der Rückschau stellt er dann jedoch fest, dass eigentlich er alles im Leben selbst vollbracht hat. Die göttliche Macht im Himmel wird hingegen als passiv und schlafend beschrieben. Sie nimmt keinen Einfluss auf die Geschicke der Menschen. Nein, die sind sich selbst überlassen und müssen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Aus diesem Grund hinterfragt Prometheus, warum er Ehrfurcht vor diesem Gott empfinden sollte, wo er doch alles selbst vollbracht hat, eher als individuelles Genie. Dabei war er nur zwei Dinge unterworfen und er sagt, dass auch die Götter dem unterworfen sind, erstens der Zeitlichkeit und zweitens dem Schicksal. Am Ende hebt er nochmal hervor, dass er, auch wenn in seinem Leben nicht alles gelungen ist, er trotzdem keinen Groll deswegen hegt. Es sind nicht alle Knabenmorgenblütenträume gereift. Ein Neologismus Goethes, der also auf dieses, naja, Streben der Jugend Bezug nimmt, das aber nicht immer zum Ziel führt, das nicht immer Frucht trägt. Aber für ihn zählt hier nicht unbedingt das Ergebnis, nicht, dass alles funktioniert hat, was er sich vorgestellt hat, sondern es zählt für ihn, dass er ein unabhängiges Leben gestaltet hat und zu diesem gehören eben sowohl Freude als auch Leid, sowohl Erfolg als auch Rückschläge. Und aus diesem Grund entscheidet er sich am Ende dazu, die Menschen auch so zu formen, dass sie beides kennen sollen. Sie sollen leiden und weinen und trotzdem auch genießen und Freude empfinden können, und zwar ohne sich dabei nach Autoritäten zu richten. Es verwundert nicht, dass dieses Gedicht mit seinem starken Gestus bis heute so populär ist. Und dabei schadet das mythologische Gewand keinesfalls. Das macht den Text jetzt nicht irgendwie antiquiert oder so etwas, nein, es gibt dem Text eine Tiefe. Und gerade in den letzten Jahren würde ich durchaus sagen, dass wir so etwas wie eine Renaissance der mythologischen Anspielungen in der Popkultur erleben, gesetzt den Fall, dass es diese jemals nicht gegeben hat. Das zeigt sich immer dann, wenn zum Beispiel Götter zu Superhelden werden. Thor, Loki und Odin in der Marvel-Reihe um diese Thor-Trilogie oder in den Avengers. Das zeigt sich auch dann, wenn griechische Götter zum Personal einer Roman-Reihe werden, wie zum Beispiel in der Percy Jackson-Reihe. Oder wenn die ägyptischen Götter in einem Film auftreten, wie zum Beispiel Gods of Egypt. Auch in Computerspielen haben diese Götterwelten gerade Konjunktur. Etwa in der Assassin's Creed-Reihe oder in God of War. God of War hat ja angefangen in der griechischen Mythologie und der aktuelle Teil spielt jetzt auch in der nordischen Sagenwelt. Also die Popkultur bedient sich da eines bestehenden mythologischen Repertoires. Und das ist also nichts, was Goethe hier gepachtet hat. Nein, das wird bis heute immer wieder gemacht. Und insofern sind all diese Titel der Popkultur in gewissem Maße geistesverwandt mit Goethes Prometheus. Man könnte an dieser Stelle noch sehr viel zu diesem Text sagen. Aber ich denke, ich habe die Tür ausreichend weit geöffnet. In der nächsten Folge wird, soweit ich mich erinnern kann, jetzt zum ersten Mal ein Gedicht aus dem 21. Jahrhundert behandelt werden. Also dann mal ein guter Kontrast von einem doch in die Jahre gekommenen Text zu einem sehr, sehr aktuellen Text. Ob dieser neue Text einmal ein Klassiker werden kann, das weiß ich nicht. Das möchte ich an dieser Stelle nicht beantworten. Es bleibt abzuwarten. Dass Prometheus von Goethe ohne jeden Zweifel ein Klassiker ist, das steht hingegen meines Erachtens nach fest. Und damit sind wir schon am Ende für die heutige Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.